So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe ein bisschen weiter gebaut gegenüber dem letzten Mal. Im Moment bin ich gerade dabei, könnt ihr euch bestimmt noch an das Haus erinnern, das ich angefangen habe zu bauen. Da bin ich gerade dabei, unten, wie in der Hauptwohnung, ein Feld zu bauen. Das ist einfach der Hintergrund, dass ich etwas autark arbeiten kann. Also, dass ich hier mein Feld anbauen kann, zweifelsfalls auch mit Karotten oder ähnliches. Und dass ich dafür nicht immer zurücklaufen muss. Ja, weg damit. Ich hauche auf, kurz, lang. Auf jeden Fall, Erde. Ja, ich bin so einer, ich arbeite gerne etwas symmetrisch. Zumindest versuche ich das, ob das immer so klappt. Klar, ist eine andere Sache, aber wenn es doch klappt, ist es doch ganz nett. Ich hätte natürlich mitzählen können. Fünf, sehr gut. Ja, aufpassen ist auch so eine Sache. Weil es würde dann auch passen. Vier, fünf. Naja, eigentlich käme hier dann die Wand hin. Oder? Ja, da käme eigentlich die Wand hin. Eigentlich. Na gut. So viel dazu, zum symmetrisch sein. Ja, komm, man zweifelt zwar. Habe ich mir irgendwas dabei gedacht? Vier, fünf, sechs. Nein, ich habe ja bestellt. Ja, wahrscheinlich dann doch nicht. Drei, vier, fünf, sechs. Ah, da machen wir doch dahinten die Wand hin, oder? Da kommt die Wand hin. Okay. Ja. Ich werde sich wahrscheinlich eh wieder alles umstellen, aber... Ja. Ja. So, ein bisschen Licht. Warum das Licht? Klar, weil, bekanntes Problem. Ich will nicht, dass hier irgendwelche Creeper reinkommen. Hier. Ist alles so Sachen? Eigentlich muss ich ja hier eh die Wand hinbauen, also wenn da ist es wo ist, ob ich hier noch was abbau. Und rein theoretisch... ...kommt hier auch nochmal Wasser hin. Ich merke schon. Ich muss das alles am Stück machen. Ich muss das alles umstellen, warum. Und vergesse ich noch die Hälfte. Hälfte vergessen, oder? Ich schreif's mir auf. Wann bin ich wieder gewillt zu probieren, dass ich es vielleicht mir noch beherken kann? Ganz heikles Thema. Ganz heikles Thema. So, was ich natürlich hier mache. Ich glaube hier eine normale... Ach ne, ich wollte hier... Seht ihr schon, dass wir hier die ganze Geometrie führen. Ja. Guck ich gleich mal oben, ob ich dann noch ein bisschen Erde habe. Dass ich auch weiß, wo ich was hinbauen möchte. Bringt hier sonst alles nichts. Ach so, ja. Ja, was hab ich hier nicht aufgebaut? Eisenerz. Ach komm. Ich baue das hier gleich mit ab. Ich hab doch hier irgendwo... Bruchstein. Bruchstein. Hier, Treppen baue ich im Moment keine. Was hab ich gesagt? So, drei, vier, fünf, sechs. Ja, da kommt eh noch ein bisschen hin. Sehr gut. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall hoch. So, der Glattachwacke. Genau. Wer sich noch erinnert... Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gezeigt. Hier habe ich tatsächlich endlich meinen Weg geschafft, der nach draußen führt. Steine, Treppen, Creeper. Tada! Alles halbwegs versteckt. Hier ist schon ein ungebetener Gäst und so. Ah, hier muss ich lang. Ich glaube, ich stelle mir da auch nochmal eine Tür hin. Warum rein aus Prinzip? So, unser kleines Lager. Ah, guck mal, es ist schon fertig. Ach ja, guck mal. Ich habe mich gerade eben schon mal... ...es eigentlich... Oh. Kohle ist aus. Ich könnte mir natürlich auch noch eine Axt draus bauen. Feuerstein. Ich brauche vor allen Dingen... ...für die Wand. Elvando. Schwert werde ich, glaube ich, nicht bauen. Ach, Moment. Gar nicht fertig. So, einmal... Holz. Ach, Moment. Ich brauche gegebenenfalls... Was warte ich jetzt noch ab? Eisen. Erfolg erzielt. Schmiedekunst. Gott. Jetzt erst. Ja, genau. Das wollte ich. So, jetzt gehe ich nochmal. Ah, kann man zumindest anfangen. Mach ganz nach oben. Oh, habe ich hier noch Erde drin? Ja, sehr gut. Ich habe noch so viel Platz. Noch ist es nicht unübersichtlich genug. Weiter, ganz nach unten. Dam, 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 dam. Da soll es ja auch Mods zu geben, dass man Fahrstühle oder ähnliches bauen kann. So, jetzt bin ich wieder hier unten. Hallo zusammen. Ah. Oh, dass wir das geklärt haben. Ja, ja, ich weiß. Geben wir fast nochmal nachziehen. Nachziehen. Drei. Sechs. Passt doch. Passt auch. Sehr gut. Das heißt, ich muss die Wand da hinten abtragen. Also müssen nicht, aber ich will halt, dass es irgendwie zumindest nach halbwegs was aussieht. Weiß ich es auch nicht gesagt habe, aber möchte ich jetzt hier gerne anmerken, dass es nach halbwegs noch was aussehen soll. Ja, ich weiß, sehr spannend. Stein aufeinandersetzen. Ah, stimmt. Dann brauche ich ja gleich noch Werkzeug. Ja, bevor ich hier weiterdenke, was ich hier gleich alles anpflanze, sollte ich vielleicht überhaupt mal damit anfangen, dass ich was anpflanzen kann. Es wäre zumindest eine Überlegung wert. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Es wäre eine Überlegung wert. So. 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 So.